Hallo meine Zuschauer Willkommen Willkommen zurück zu einem neuen Video Heute spielen wir mal Raw Halle zusammen mit dem Flint Mit dem coolsten Typen der Welt Lass mich mal ganz kurz schauen Ob wir jetzt auch wirklich aufnehmen Sonst wäre das etwas blöd Ja hat das Das auch wenn wir nehmen auf Ok gut alles gut Hab nichts gesagt So ich würde mal sagen Für den Anfang spielen wir One vs One Raw Halle ist einfach so ein Spiel Nee Du nimmst schon eine andere Doch Ja damit du mich abziehst Äh ich hab das mit dir trainiert Ja also ich weiß gar nicht was du hast So Raw Halle ist so eine Art Spiel wie Super Smash Brothers Falls das jemand kennt Nur das ist komplett China basierend Digga ich hatte das auf Japanisch Ich konnte keine Einstellung mehr finden Keine Das ist das hier ist eigentlich Fortnite für Arme So Ich wäre dafür dass wir Dämon Island Spielen Das neu Oder das wechselt jede Runde Dass irgendwie eine Map rausgenommen wird Aber dafür eine neue Eingenommen wird Keine Ahnung 3 2 1 Raw Los geht's Komm her Wow Er läuft einfach als nichts Ich bin gerade komplett gehangen Das war uns der Mein Internet hat gehangen Ach Gott Ich bin halt auf der Stelle Du fag dich nicht auf mit deinem Kannste aufhören die ganze Zeit zu springen Ja ich fag dich nicht auf Ich will dich angreifen Komm her Ja Aus purposely macht die Attacke Das ist springer Und tschüss Nur Der hat seeng Na komm Nein du bist bereit Du bist bereit ich weiß gar nicht warum du so schlecht bist ja du hast einfach viel überpowert oh Gott ja komm oh ne da ist ja dieses Bohrmaschine nicht die erste ja das ist doch unfair nein 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 ich schummel ich schummel gar nicht das war so blöd hallo W-A-S-D reagiert mal nein 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 alter jetzt geh jetzt raus das so aus ne Junge was ist denn für sich was hier los ja ich krieg die scheine Waffe er kriegt die gute Waffe willst du mich verarschen was soll ich sagen beide sind gute nach mir oh Gott und tschüss ah verdammt ich wollte grad den einen Moog machen du sollst mal öfter deine Kettensäge verwenden hab ich das Gefühl oh boah was hat das denn jetzt was hat das denn jetzt nein aber das ist was geiler aber ich hoffe der hat überrascht tschüss 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 er schummelt auch die ganze Zeit ich schummel nicht es ist einfach alles nur Skill soll ich mal den hier wieder nehmen nee ja ich würde beide haben achja wer aus extra wirst du in der letzten Sekunde gewartet led led oh ne ich hab keine ahnung wer ich bin du bist immer blau du springst hier grad rum bei der blau habe ich doch gesagt Ich will da ganz zünden! Da kommt doch her... Was ist das? Okay. Ich war uns schon mal vor, das Video könnte länger werden. Ja, okay. Das kommt aber auch darauf an, dass wir beide den gleichen spielen. Wolltest du dich selbst umbieten, oder was? Hm? Wolltest du dich gerade selbst umbieten, oder was? Nee, wir beide haben die gleiche Spin, das heißt... Ja, ich weiß, aber du wolltest das voran gegen dich selbst benutzen, oder was? Das wollte ich nehmen! Du bist unfair! weiss oh mein gott ja komm doch her komm doch her ich hab gleich so keinem bock mehr ja ne schuld oder was wird's mit der mina ja nein warum macht die alter komm her im echten leben wär man schon dreimal gestört ne da hast du recht sind ja aber nicht im echten leben ja komm nein 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 verdammt ja nehm das schwert doch ich hab doch danke dass du für mich die mine weggemacht hast hä ich hasse dich ich spiel das nie wieder mit dir sondern nur mit deinem Bruder warum war ich zu stark mit oder was nee weil du immer diesen scheiß skin benutzt die einfach viel zu gut hey Junge ich hab jetzt nen anderen skin benutzt jetzt weg hast du immer noch rum ja weil ich diesen skin halt nicht so hoch gelevelt hab ja dann spiel gleich mal mit dem gegen deinen Kassen außer wenn ich gewinne dann brauchst du es nicht außer wenn ich gewinne dann brauchst du es nicht hä wo bin ich da ja ich bin ich bin jetzt du 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 Ich würde sagen, goodbye, ne? Ich hasse dich, ich spiel das echt nicht mehr mit dir. Okay, jetzt kannst du mal deinen guten nehmen und ich spiel mit dem. Neue Farbe, yeah. Er macht das doch nur, weil er einfach nicht gegen mich ankommt. Warte, nein, 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 nein. Ich muss ihn verbessern. So, den nehmen wir am besten noch... Welchen nehmen wir denn da? Ah ja, was soll? Ja, dann wird das natürlich ausgewählt. Ist das auch wieder ne Map von Adventure Time? Weiß ich nicht. Ne, oder? Ne, ne. Boah, wie klein die Map. Die macht mich jetzt schon aggressiv, die Map, wenn die so klein ist. Oh, ne, du kriegst doch voll süß. Oh, ne, du kriegst doch voll süß. Oh, ne. Ist klar. Junge. Bleib doch mal ruhig stehen, damit ich dich vermischen kann. Nö. Ich mag den Skin, weil der diesen Düsen hat. Das ist ganz schön, das ist ne Legende, ja? Ja, wenn man so weit weg ist kann man das nicht hätten. Na, nein, nicht genau da drauf. Oh, doch. Oh nein, er hat ne Axt. Mal, der ist vielleicht das Spiel mit 3D. Mal, das geht zu kurz. Deswegen nehm ich. Den mach ich 5 Leben rein. Ey. Ha, du wolltest es so, ne? Oh, ne. Okay, mit dem Bohra bist du schon etwas stärker. Dir geht doch das Horn. Nein. Warum willst du das denn mal weg, ey? Wow. Ja, einfach damit du die Waffe nicht bekommst. Oh, gut, ne? Wer mich einfach mitten in meinen Angriffen stoppen kann. Ah, Digga! Nein! Das ist ja hier... Ja, jetzt sag mal, das ist das, ne? Calm. Calm. Ich bin... Ich bin... Ich bin... verdammt wow komm her na komm ja unter die map genau ich hasse dich ja wir probate ja 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 Wieso nicht? Ja, Bombe bringt aber nicht sehr viel. Da ist ja! Oh Gott, Alter, das geht ganz knapp. Ja, jetzt braucht er abgesucht. Ja, das war's für die erste Folge. Ich mach gleich noch eine zweite. Dann würde ich sagen, bis gut. Bis bald. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis gut und bis zum nächsten Mal.